Musik Hallihallo und Hedjo kommt zurück zur zweiten Folge von Assassin's Creed Black Flag Wir hatten in der letzten Folge den Assassinen umgebracht Und jetzt haben wir seine Kleidung an uns genommen und geben uns halt als Assassinen aus Das, was man halt mit Leuten tut, deren Kleidung man klaut und was ist das gerade? Wow, das mit dem Fan läuft gerade los Das ist ein bisschen unkürt Okay, was geht hier ab? Na, würdest du bitte aufhören? Das Schuhne wird mir einfach gut machen Ah, das ist ein gefährliches Gebiet Gleitern wir mal hier hoch Das ist immer gut Hallo, bist du Adler Adler, Adler, Adler Wir wollen synchronisieren Okay, ich habe Oh Mann, das ist doch eng gelaufen Dann mal runter Ja, und in der Höhle ist die Truhe Das ist ja sowas von klar Ja, komm, willst du raus? Danke So, dann her mit dem Schatz des Holländers Ah 169 wieder nur Oh, dann wahrscheinlich müssen wir einen Stealth hier durchschwimmen Yo, genau Macht da voll den epischen Sprung da aus Das kann man gar nicht Das kann man gar nicht Friede Merchant Sorry, Kingston No, no, our destination is Havana I'm just a Merchant Quiet, you bleeding pirate Too late for the mess you made out there Sir, I had nothing to do with this attack My crew and I have merely anchored to water and resupply Hold it Stop them No, Constance Give me one reason I shouldn't vent your skull Take my sugar Take anything you like Nummer 1 Will die Will die noch mal reinkommen? Hallo Oh, das war doof I'll pay you Anything you like Hallo, willst du herkommen? Ey, der hört mich nicht Was soll das? Okay, gehen wir erstmal hier rüber Richtig Überauffällig Take my sugar Take anything you like Kann man jemanden anwesieren? Ah Ja, das hilft uns gerade nicht Konnte man nicht in den alten Teilen irgendjemanden anwesieren? I'll pay you Anything you like Hört der mich nicht Hallo Na endlich Oh Gott So, Nummer 2 Gibt's aber bestimmt noch jemanden Da haben wir den Aber wir holen uns erstmal die Truhe Weil wir Piraten sind halt Ist ja logisch Take my sugar Take anything you like So, weiter mit Dreihund Oh, da war ein großer Schutz Okay, da haben wir einen, der da rumläuft Und da sind noch zwei andere Na, 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 na I'll pay you Anything you like Was ist denn für ein Kollege hier? Hallo Wie geht's? Er versteckt sich wohl Oh Gott Oh Gott Na, willst du herkommen, Kollege? Ups Oh, zwei Ja, ja, dein Zucker ist schreit doch nicht so Ist okay langsam Oh Gott, die mache ich die Ich kann einfach alle besiegen Die haben mich noch nicht gesehen Oh Gott, die schlecht Oh Gott Oh, komm Freifählen wir nach dem Vielleicht kommt der auch Ja Ja Oh Gott, komm Oh Gott, komm Zeranser, join the chorus celestial Oh, das fand ich gut 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 Das fand ich gut Das fand ich gut Ich würde nicht Oh Gott, das fand ich gut Ein Dank Das fand ich gut Es ist meine船, ja Aber hier liegt Ihr kaptain Und ich habe keine Art für Sailing Ich kann sie selber Ich kann sie selbst Ich kann sie nicht Ich kann sie nicht Ich kann sie nicht Sie sprechen Sie nicht mit meiner船 Ich bin Duncan Was ist dein Name Mein Freund. Steed, Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet. Let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King. God save him. And I must get to Havana with speed. That is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But... All things considered. I think it turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Like a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. Oh, this is difficult. I should have taken the coat off. Oh, this is difficult. Why? There hooray. Un rackets a quiet hole. Where they cuộcloops, walk up. Keep holding. Where they mats. Oh, I gotzkling. So, here we get up. There'll come up. Let's take a minute, let's This is your moves. Das war ziemlich laut, das Wasser. Das Einzige, was mich jetzt hier wirklich nur stört, ist, dass mein PC anscheinend beim Aufnehmen das Spiel nicht so ganz schafft auf den vollen Frames. Also durchgehende 30, wenn die Welt das größer ist. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber ich hoffe, das geht noch mit den 20 Frames. Oder 25. Wechselt sich immer so nett ab. Ich komme da wohl nicht hoch. So, hm. Warte mal, hier vielleicht. Ja, kommt. So, das ist schon ein Etasche höher. Keine Ahnung, die man da hin soll. Ups. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Äh, ja. Komm, jetzt springen wir da hoch, Alter. Ich glaub's einfach nicht. So, da hinten haben wir das. Müssen wir wohl weiter hier hoch. Na komm. Flo haben wir eigentlich. Ich darf nicht zu lange aufnehmen. Sonst hab ich's nicht holt. Da muss ich dran. Aber das geht ja noch. Ich hab noch Zeit. Aha. Da ist ein Sprung, äh, Ding. Und damit sollte ich doch in dem Malfall das Ding im Sprung erreichen. Ja klar. Und. Ja. Ein Fragment erhalten. Nice. Dann können wir jetzt weiter gehen. Dann hab ich jetzt hier alles geholt, was ich holen wollte. Gibt's hier eigentlich, wie gesagt, ne Karte? Ne, Crafting. Ok, ich hab ja eh nichts von daher kann ich nicht craften. Weiter geht's. Auf zum Schiff. Interact. Was haben wir denn hier? Oder hat er ne Karte? Na. Yo. Treasure Maps. Find treasure maps on an explorer's cadavers. They will lead you to a specific place on the island. Dig there and you might find money or plans to upgrade your chip. Use Steuerkreuz to select the maps and press Y to open them. The coordinates will lead you to the location. And the image will help you finding the right spot. This feature is also accessible from the second screen. Ok. Wir haben eine Karte. Eine Schatzkarte. Die zeigt uns an halt. Yo. Da findest du Schätze. Und dann muss man an den Schätzen graben. Bin ich jetzt... Da... Ne, das ist die Maus. Ok. Da sind wir also anscheinend. Wir müssen jetzt zu der Höhle oder da ganz... Na, warte mal. Den Schatzkarte holen. Was ist das denn hier? Das muss doch hier dort sein. Kann man eigentlich erst mit den Schildkröten machen? Nein, Schildkröten? Nein, die wollen nicht. Das ist schade. Das ist doch schade. Weil dann muss doch der Schatz, wenn das wirklich die Karte von dieser Insel ist, direkt hier sein. Wenn man hier durchläuft. Durchwartet. In der Zeitlupe. Wieso? Dann muss doch der Schatz hier sein. Hier irgendwo... Climb? Ich hab mich schon grad gewundert. Kann man denn irgendwie auf die Karten zugreifen? Add-out upgrades. Was ist das denn für Upgrades? Assault-Set, Pastel-Set und Outfits. Können wir wirklich Upgraden? Ach, Geld kostet das. Ah. Machen wir später. Ähm. Ich will die Karte ganz schön finden. Turtle. Ah ne, Animus database wollen wir nicht. Ähm. Inventory. Treasure-Maps da haben wir es ja. Ich mein, wir sind doch jetzt an dieser Höhle drinnen. Und da wo das Wasser ist. 179, 593. Werden wir uns denn die Koordinaten haben gezeigt? Irgendwo. Und wie können wir vor allem graben? Das weiß ich grad gar nicht. Aber hier müsste es dann sein. Na, können wir irgendwo graben? Ah. Dick. Da stand's ja. Cool. Natürlich, er kommt mit seinen Händen. Woi, yo. Hat aber ganz fix die Hände wegbekommen. Klar, wir treten's auf. Äh, ja. Ja. Oh, 1500. Das ist nicht wenig. Dann sagen wir den ganz fest zum Schiff. Oh. Aber ganz schnell hier. Schildkröten! Ich hab den drauf springen. Cool. Nein. Die ist aber schon länger tot. Oh, das sieht echt schön aus. Das sieht richtig schön aus. Ich glaub, der Fetty ist schon drauf, ne? Ich glaub, der Fetty ist schon drauf, ne? Ich glaub, der Fetty ist schon drauf, ne? Na, ist okay. Ah, da ist Captain Fetty. Fetty, der Händler. Los. Äh... Willkommen aboord, Duncan. Sie ist eine modeste Schooner, aber gut für mein Ziel, die Trafficking Cargo von meiner Plantation und so. Sie wird noch gut machen. Es ist jetzt ein starker Wind. Lass uns die Fälle zu fallen. Dann, shall we? Müssen wir rausfahren? Ich glaub, hier oder nicht? Ah! Da ist ein Wind in meinem Haar. Ich finde eine Bracing-Komfort in dem Gefühl und Geräusch des Oceans. Die rote Stink... ...of Possibilität. Das ist eine höhere Weise, zu sehen, Mann. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Wo bin ich? Ah, ok. Oh, okay. Ja. Flamingos! Okay, cool. Ach, aber du hast dein eigenes Schiff. Das muss doch schon ziemlich viel wert sein. Er erzählt darüber, dass Piraten die ehemlich ausfragen würden, weil er so klein ist. So ein ganz witzes Schiff zu steuern, macht schon Spaß. Der Wind ist jetzt genau gegen uns. Die Arbeiter machen gar nichts. Der, der schreit da rum, wie sonst was denn die machen? Die, die interessiert das einfach nicht. Ich... Das war cool. Das mit dem Wal war echt cool. Das mit dem Wal. Du bist ein natürlicher Schiff, Duncan. Ich habe ein guter Trick auf dem Helm gemacht, zwei Jahre vor dem Mast als Privatier. Schau, meine Knöpfe. Dein Leben scheint so großartig, wenn ich das sage. So voll mit Abenteuer. Wie großartig. Ich habe meine Schreif-Strange-Nesse gesehen. Ich mache die Konversationen irgendwie. Keine Ahnung. Die fühlen sich so... Ich weiß nicht. Die fühlen sich cool an. Naja. Keiner will ich das sagen so. Fantastische Arbeit. Sehr promisend. Wie immer halt. Ja. Äh. Achso. Ich würde aber sagen, wir bänden den Part jetzt hier wieder. Äh. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr so weit könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Wenn ansonsten ich... Hoffentlich sehe ich euch beim nächsten Mal wieder. Euer Barsten. Ciao, ciao.